Hallo und Willkommen in unserer Rhythmus-Ecke. Wir machen eine Rhythmus-Übung, gestehend aus Viertel-Driolen und Achtel-Loten. Wir zählen bei Driolen 1-ta-ta, 2-ta-ta, 3-ta-ta, 4-ta-ta, 1-ta-ta, 2-ta-ta, 3-ta-ta, und die Achtel, 1-ta-ta, 2-ta-ta, 3-ta-ta, und die Achtel, 1-ta-ta, 3-ta-ta, und die Achtel, 2-ta-ta, und die Achtel, 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 1 und 2 und 3 und 4 und 2, 2, 3 und 4 und 3, 2, 3 und 4 und 4 und 2, 3, 4, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 3, 4, 1, 2, 3 und 4, 2, 2, 3 und 4, 3, 2, 3, 4, 4, 2, 3 und 4, 1, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 3 und 4. 4, 2, 3, und 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, 3, 2, 3, 4, 4, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, ... 2 3 4 2 3 4 1 2 3 4 2 2 3 4 3 2 3 4 4 2 3 4 1 Eins, zwei, drei, vier, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier, zwei, drei, vier. Vier, zwei, drei, vier, eins, zwei, drei, vier, zwei, drei, vier, zwei, drei, vier. Vier, zwei, drei, vier, eins, zwei, drei, vier, zwei, drei, vier, drei, vier. 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4. 4, 2, 3, 4, 2, noch einmal die Drehungen und 1, 2, 3, 2, 3, 4, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17, 18, 19, 19, 20. 1, 2, 3, 4. Jawohl. Okay.